Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Ich hoffe natürlich, dass ihr einen guten Start in die neue Woche hattet und ja, und dass es euch natürlich gut geht und ja, dann würde ich sagen, wir starten sofort in den ersten Fall von zweien, die ich wieder mit dabei habe. Ja, ihr wisst ja Bescheid. Und zwar gehen wir jetzt mal in das Jahr 1997. Ja, und zwar geht es hier um Jessica G. Jean Kinney Phelps. Und ja, die kleine Jessica wurde am 22. Dezember 1992 geboren und wurde natürlich liebevoll Jessie genannt. Sie hatte einen jüngeren Bruder namens Jordan. Und 1997 war Jessie vier Jahre alt. Es war Dienstag, der 1. Juli 1997 und die Familie, also die alleinerziehende Mutter, Jordan und Jessie, sind zusammen zu McDonalds gefahren. Und als sie dann wieder zu Hause waren, hat die Mutter dann Jessie vor den Fernseher gesetzt, dass sie so ein bisschen abgelenkt war, dass sie wusste, dass sie, ja, da nicht wegkommt und ihre Sendung guckt und da zufrieden ist und nicht nach ihr gucken braucht. Jesses Bruder Jordan, der spielte dann in seinem Kinderzimmer. Also es war alles sozusagen safe für die Mutter. Und dann ist sie halt schnell duschen gegangen, um sich fertig zu machen und dann natürlich nachher auch ihre Kinder fertig zu machen. Und ja, also es war noch alles normal. Und als die Mutter dann vom Duschen zurückkam, da war Jessie auf einmal weg. Also sie saß nicht mehr vorm Fernseher und ja, die Mutter hat natürlich überall nach ihr gesucht, aber selbst draußen hat sie sie nicht gefunden. Und ja, da denke ich mal, bricht so langsam die Panik aus, oder? Ja, es wurde natürlich überall nach der kleinen Jessie gesucht, ganz klar. Also definitiv, Jordan war nicht verschwunden, nur Jessie war verschwunden. Und ja, man suchte natürlich auch überall bei allen oder in allen Gewässern und drumherum. Und man hat auch da natürlich auch in der Nähe Überwachungsvideos sich angeschaut. Und ja, man hat nichts weiter gefunden. Also sie war wie, ja, als wenn sich die Erde aufgetan hat und hat sie einfach verschluckt, ähm, weg war Jessie, ja. Und ja, der Fall von Jessie ist auch bei Amerikas Most Wanted gewesen. Da kam aber auch nichts bei raus. Und ja, was soll ich sagen? Am 2. April 1998 um 13.15 Uhr entdeckte ein Mann Skelettreste. Neben dieser Leiche waren Kleidungsstücke zu finden und die Jesses Kleidung wirklich sehr ähnlich waren. Und dann gab es natürlich Zahnarztunterlagen oder Zahnunterlagen von Jessie, die natürlich, ähm, ja, wie das so immer so ist, äh, verglichen wurde mit der gefundenen Leiche. Und ja, was soll ich euch sagen? Es war wirklich Jessie, die dort lag. Und das hat mich so berührt, ganz ehrlich, weil, ähm, also, wenn man sich mal überlegt, ne, also, die Mutter wollte nur duschen, hat für ihre Kinder nur das Beste gewollt, ganz klar, sowieso. Aber setzt sie vor den Fernseher, sie kommt wieder und ihr Kind ist weg? Also, ist schuldige bitte, ähm, also, entschuldigt. Also, ich, das will mir nicht in den Kopf, ähm, ich überlege schon die ganze Zeit, auch seit ich das recherchiert habe, dass, äh, das wirklich sehr verdächtig ist, dass es ein Bekannter war, äh, ein Bekannter der Familie, ein Vertrauter. Ähm, es gab kein Geschrei, was zu hören war. Es gab keine Einbruchsspuren und, ähm, also, es liegt wirklich sehr nahe, dass, äh, der Täter oder die Täter die Familie kannten und, äh, natürlich insbesondere Jessie und, ähm, ja, also, man vermutet, man konnte es nicht so ganz feststellen, weil natürlich, ähm, ja, sie lag da, oder das, ähm, Skelett, wie auch immer, die Leiche lag dort wirklich sehr lange. Also, sie ist ja am 1. Juli 97 verschwunden und am 2. September, äh, am 2. April 98 wurde sie gefunden und, ähm, ja, das ist ja nun, äh, gut und gerne fast grob gesehen, fast ein Jahr her. Und, äh, ja, natürlich gibt's, äh, Theorien auch in diesem Fall. Ähm, natürlich die erste Theorie ist schon mal das Größte überhaupt, dass es ein Sexualmord war, weil die Bekleidung halt, äh, neben ihr lag. Also, es sah halt wirklich so aus, wenn sie dort nackt abgelegt wurde. Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch die, nicht nur die erste Theorie, es ist auch die einzigste Theorie, die wir hier in diesem Fall haben. Und, ähm, ja, es ist natürlich dadurch, dass es 1998 war, beziehungsweise 1997, gehe ich jetzt von 1997 aus, ähm, ja, da ist es halt natürlich, äh, ganz klar, ähm, ein Cold Case. Und, ähm, Gott sei Dank, der Fall ist immer noch offen. Also, nicht Gott sei Dank, ich meine, er ist offen und aktiv, sodass wirklich noch ermittelt wird. Das meine ich mit Gott sei Dank. Und, ähm, ja, also man kann da wirklich nur hoffen, hoffen und bangen und immer weiter hoffen, dass da wirklich irgendwas sich draus, äh, ergibt. Aber ich glaube, es wird sehr schwer ohne eine DNA-Spur, denn es ist ja nun mal Fakt, dass sie da ja nun grob, ne, also bitte, ne, versteht mich, grob gesehen, ein Jahr dort lag und, äh, ja, ihr wisst ganz genau, was Witterungsbedingungen machen. Wenn es nur einmal regnen würde in der Zeit, dann wäre schon alles an Spuren verwischt. Definitiv. Und, ja, also die Tat ist jetzt schon, äh, knapp 26 Jahre her und, oder schon 26 Jahre her und ich bin zutiefst erschüttert, wie es sein kann, dass ein Kind aus dem eigenen Haus, aus dem eigenen Wohnzimmer, ähm, ja, herausgebracht wird und dann auch noch umgebracht wird, ja. Also, wie gesagt, man hat sie nun mal gefunden und es ist so, wie es dann gekommen ist, dass sie getötet wurde. Also, ganz, ähm, ja, ganz offen und ehrlich sage ich es euch, ähm, ich vermute da wirklich jemanden, der die Familie kannte. Also, ja, und wenn das wirklich nur ein entfernter Bekannter war, aber derjenige muss gewusst haben, wie er ins Haus kommt, ähm, vielleicht war die Haustür auch auf, vielleicht hatte derjenige sich aber auch irgendwie durch eine, irgendeine andere Situation vorher vielleicht sogar schon einen Ersatzschlüssel gemacht. Das weiß man ja auch nicht. Vielleicht war es ja auch ein Arbeitskollege von der Mutter, ähm, der vielleicht Zugang zu ihrer Tasche hatte und sich so den Haustürschlüssel schnell nachmachen hat lassen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, also, es sind viele Spekulationen und, ähm, ja, es lässt mich einfach fassungslos zurück, dieser Fall. Ja, was meint ihr? Wer könnte das gewesen sein? Natürlich nicht mit Namen, das ist ja nur klar, aber was für ein Typ Mensch könnte das gewesen sein? Meint ihr auch, dass es ein Bekannter war? Weil, ähm, keine Einbruchsspuren und weil die Kleine nicht geschrien hat? Würde mich sehr freuen, wenn ihr auf Instagram mir das gerne schreiben könntet, möchtet, würdet, wie auch immer. Und, äh, ansonsten auch gerne, ähm, bei YouTube in den Kommentaren würde ich mich auch sehr, sehr drüber freuen. Ja, mehr ist zu diesem Fall, zu dem ersten Fall heute nicht zu sagen. Leider, ähm, ich hätte gerne noch andere, ja, andere Hinweise oder ähnliches für euch, aber es tut mir leid, ähm, ja, und wenn ihr das jetzt im Hintergrund hört, ich hoffe, man hört es nicht, ähm, das ist meine Waschmaschine. Also, nur, falls ihr irgendwelche komischen Geräusche hier jetzt noch hört und auch bei der nächsten Aufnahme, dann, ähm, tut es mir leid, aber, äh, ja, ich muss Wäsche waschen. So ist das. Ja, also würde ich jetzt sofort mit dem zweiten Fall starten. Ja, Leute, also, jetzt geht's weiter. Und zwar, im zweiten Fall ist es ein Vermisstenfall, und zwar aus dem Jahr 1992. Es geht hier um Leigh Orki, oder Orchi, aber ich sag's jetzt einfach mal Orki. Ähm, Leigh wurde am 21. August 1979 in Honolulu auf Hawaii geboren. Ihre Eltern waren Militärangehörige und heirateten 1977. Und, äh, ja, äh, leider Ende der Ehe war dann schon bereits im Jahr 1981, also nach vier Jahren. Der Vater zog, äh, nach Deutschland und die Mutter zog mit Leigh nach Mississippi. Ja, Leigh hatte eine gute Beziehung zu ihrem Vater, auch wenn er halt, ähm, so extrem weit weg war. Aber im Sommer besuchte sie ihren Vater in Deutschland, was ich sehr, ähm, löblich und auch sehr schön finde, muss ich sagen. Und, äh, ja, bis dann der Vater wieder versetzt wurde, und zwar nach Fort Myers. Ähm, und das ist in Virginia. Das heißt, er ist dann wieder in die USA viel, viel weiter und viel, viel näher zu seiner Tochter wiedergezogen. Und, ja, so Leigh hat sich natürlich total drüber gefreut. Ganz logisch. Die Mutter war dann nochmal verheiratet, und zwar mit einem Herrn, der hieß Barney. Und die beiden trennten sich dann aber auch wieder. Und, ja, jetzt einmal zu Leigh, weil es geht ja in diesem Fall um sie. Leigh war, wurde beschrieben als freundlich und aufgeschlossen und sehr klug. Sie liebte Tiere und Pizza über alles, ja. Sie liebte auch Pferde, also speziell die Pferde waren für sie wirklich ein Traum. Und, ja, sie war auch gut in Mathe. Das ist so, ähm, von den Fächern her. Sehr, sehr gut, äh, ist nicht meins gewesen, aber Leigh war auf jeden Fall da sehr talentiert, ähm, in Mathematik. Sie zappelte öfter mal und, ähm, ja, ich sag mal so, das hat die anderen Kinder so ein bisschen verschreckt und sie, ähm, haben Leigh einfach so ein bisschen eher so gemieden, was ich sehr schade finde, nur weil sie sie so ein bisschen gezappelt hat, immer mal wieder. Ähm, aber so war das ja. Und ich meine, man sollte die Leute auch so akzeptieren, wie sie sind. Aber ihr wisst, Kinder sind Kinders. Äh, da kann man ja nicht pauschalisieren, äh, dass, äh, die dann schon wissen, ja, wie sie, ähm, drauf zu reagieren haben, sondern reagieren, wie Kinder halt reagieren, ne. Ähm, leider. Ja, im Sommer 1992 war Leigh 13 Jahre alt. Sie ging in die 8. Klasse der Topelo Middle School. Und sie hatte sogar schon einen Freund, ähm, den elfjährigen John. Und die beiden telefonierten täglich. Und, ja, die beiden waren halt an unter-, also an zwei unterschiedlichen, ähm, Schulen. Am 26. August 1992, es war 20 Uhr, kam Leigh nach Hause. Und die Tür war verschlossen. Das bedeutete für sie, dass ihre Mutter noch nicht zu Hause war. Und deswegen wartete Leigh dann bei den Nachbarn. Das tat sie wohl öfter. Um 20 Uhr, ähm, 45, ging sie dann wieder nach Hause. Und in der folgenden Nacht gab es noch die Reste von dem Tropensturm Andrew, der über Mississippi dann kam. Und, äh, Leigh hatte Angst und, ähm, war dann im Bett der Mutter. Am nächsten Morgen um 6.45 Uhr schlief Leigh noch. Und, ähm, um 7 Uhr war sie dann wach im Bett. Und dann gab es das gemeinsame Frühstück mit ihrer Mutter. Und, äh, Leigh wollte mit ihrer Oma den Tag der offenen Tür in der Schule besuchen. Abends sollte es ein gemeinsames Essen geben, und zwar bei Taco Bell. Zwischen 7.35 Uhr und 7.45 Uhr fuhr, äh, Vicky zur Arbeit, also ihre Mutter. Sie arbeitete in einer Produktionsfirma. Und, ja, sie ließ das erste Mal ihre Tochter alleine. Um 8.30 Uhr rief sie Leigh dann an. Ähm, sie ging aber nicht ans Telefon. 8.45 Uhr, also 15 Minuten später, verließ dann Vicky ihre Arbeit. Und, ähm, fuhr nach Hause, um nach Leigh zu sehen. Die Haustür war unverschlossen. Das Garagentor war auch geöffnet. Und dort brannte sogar das Licht. Durch, also sie hat das Haus durchsucht und hat auch Blutverschmutzungen oder Blutanhaftungen an den Wänden vorgefunden. Was natürlich erst mal, boah, sehr krass sein muss, wenn man sowas vorfindet. Und dann weiß, dass es die eigene Tochter war. Beziehungsweise in dem Moment höchstwahrscheinlich ihr Blut war. Und, ähm, Leigh war aber nirgendwo aufzufinden. Sie war wirklich komplett verschwunden. Um 9 Uhr hat sie dann die Polizei alarmiert. Und, ähm, ja, es gab kein gewaltsames Eindringen. Und es gab zwar Spuren eines Kampfes durch diese Blutspuren, ähm, die unter anderem auf der Schlafzimmertür waren, sowie in ihrem eigenen Badezimmer. Und an der Tür waren auch so Anhaftungen. Also da muss so gewesen sein, dass sie sich den Kopf angestoßen hat. Und aufgrund dieser Beweise oder dieser, ja, Beweisspur konnte man dann halt rekonstruieren, dass sie da mit dem Kopf gegengeschlagen sein muss. Es war, ähm, Typ 0, ja, der Bluttyp. Und, ja, die Blutspur, also es gab eine Blutspur vom Flur zum Wohnzimmer. Und, ähm, genau. Und wie ich schon gesagt habe, es ist halt so, dass an diesem Türrahmen auch noch etwas Haar kleben geblieben ist. Ihr Nachthemd und ihr BH waren blutbefleckt im Wäschekorb. Die Blutflecken, ähm, sagten dann aber auch aus, dass sie wohl Verletzungen oberhalb des Halses haben, gehabt haben musste. Es gab auch Gegenstände, die hier fehlten. Und zwar einmal Lise Brille, ein paar Schuhe, Teil, ähm, ihrer Kleidung und ein alter Schlafsack. Sie muss wohl ihren Angreifer hereingelassen haben, aber da ist es wieder so, dann muss sie ihn auch gekannt haben. Sonst hätte sie ihm auch nicht die Tür geöffnet. Ganz, ganz klar hier wieder mal. Ähm, genau. Also es gibt ein Zeitfenster, wo dieser, ja, wo das passiert sein muss. Und zwar zwischen, ähm, also die Tat dauerte wohl zwischen eine Stunde und anderthalb Stunden. Und, äh, die Ermittler haben auch Spürhunde eingesetzt. Und am 28. August 1992 gab es eine große Suchaktion mit den Anwohnern und auch, äh, sowie Helikopter waren im Einsatz. Ihr bester Freund, Jordan, wurde nicht befragt. Er, ähm, erfuhr vom Verschwinden durch die Medien. Also Verschwinden seiner besten Freundin. Also unfassbar. Die Belohnung hier wären über 1000 Dollar gewesen. Am 1. September 1992 gab es, ähm, ja, wurden die Blutproben aus dem Haus, ähm, bestimmt. Und, äh, es konnte halt zu dem Zeitpunkt 1992 nur die Blutgruppe bestimmt werden erst mal. Mehr konnte man zu diesem Zeitpunkt nicht tun. Ähm, genau. Genau, und, ähm, der Vater Donald meinte also wirklich sehr, sehr oft, dass die Mutter irgendwie involviert sein müsste. Ja, er hatte das Gefühl, jemand sei in das Haus eingedrungen und hätte Lee zu Tode geprügelt. Äh, anhand dieser Blutspuren geht er auf jeden Fall davon aus, dass es wirklich so sein musste. Und, äh, ja, natürlich hat auch die Polizei sich so ein bisschen mit Vicky, also mit der Mutter beschäftigt, dass sie auch so ein bisschen das Gefühl hatten, dass irgendetwas nicht stimmt in ihre Richtung. Ähm, ja, sie hat dann drei Lügendetektortests gemacht und hat sie alle drei nicht bestanden. Und, ähm, genau. Es gab einen Verdächtigen und zwar der, war der Ferienbibel und Sonntagsschullehrer. Und, ähm, genau. Es kam auch ein anonymer Umschlag an bei der Polizei mit der Lesebrille von Lee. Das ist ja das, das ist ja die, die gefehlt hat als Gegenstand. Und, ja, am 9. November 1993 gab es einen Schädelfund unter anderem und, äh, auch vier Zähne davon waren intakt. Und 1997, äh, wurde dieser Schädelfund dann identifiziert. Man meinte, es wäre Lee gewesen, war es aber nicht, denn es war eine 27-jährige Frau, die 1993 spurlos verschwand. Ja, zumindest war Lee's DNA-Profil dann später auch in der Datenbank zu finden. Falls man wirklich irgendwelche Überreste finden sollte, dann kann man auch diese mit Lee's DNA vergleichen. Kommen wir nun zu den Theorien in diesem Fall. Ähm, ja, einmal gibt es jemanden, einen, ja, Verdächtigen sozusagen. Der nennt sich Oscar oder Mike oder Keynes. Und, ähm, ja, das ist eigentlich, heißt der Michael Keynes. Und er hat eine kriminelle Vergangenheit und nach dem Verschwinden hat er mit der Familie, ähm, speziell mit der Mutter keinen Blickkontakt gehalten. Ich muss dazu sagen, dass er die Familie kannte und in der Nähe gewohnt hat. Und, also, es war halt sehr komisch, dass er nach dem Verschwinden die Familie einfach willkürlich immer mal wieder besucht hatte, was er vorher nicht getan hat. Aber halt, wie gesagt, kein Blickkontakt mit der Mutter, äh, hat er aufgenommen. Weil, ähm, ja, vermutlich er irgendetwas damit zu tun haben könnte. Das wäre so die erste Theorie. Zweite Theorie ist, dass es wirklich die, also, dass die Mutter Vicky irgendwas damit zu tun hat. Denn, äh, Lee kam oft mit blauen Flecken und mit blauen Augen sogar zur Schule. Also, da gibt es ganz, ganz viele Zeugen für. Und, äh, sie wusste auch, was Lee getragen hatte, obwohl sie morgens, als sie zur Arbeit ging, ein Nachthemd an hatte. Und das war jetzt so, ja, so ein bisschen eigenartig. Woher soll sie wissen, was Lee angehabt hat, wenn sie sich noch nicht umgezogen hat, bevor die Mutter zur Arbeit gegangen ist, ja? Das sind wirklich, das, äh, das will mir auch nicht so wirklich in den Sinn. Ja, warum brauchte Vicky eigentlich, äh, 15 Minuten, um, ähm, das Verschwinden der Tochter zu melden? Ja, also, die Frage ist wirklich, warum hat Vicky so lange gebraucht, ja? Also, ähm, man konnte rekonstruieren, beziehungsweise, ich glaube, sie hatte das ja auch so zugegeben, dass sie ungefähr sieben Minuten gebraucht hat, um das ganze Haus abzusuchen. Und, ähm, ja, aber warum hat man dann insgesamt 15 Minuten oder wartet man 15 Minuten, bis man die Polizei holt? Also, das verstehe ich nicht. Na, ich meine, als Mutter, da muss man ja auch wirklich in Panik geraten. Und, ähm, ja, also, das ist wirklich seltsam. Denn auch der Vater sagte, dass, ähm, ja, ich sag mal, Vickys Verhalten wirklich sehr komisch war. Und, ähm, wie zum Beispiel, dass sie, äh, den Vater angerufen hat und, ähm, aber diese ganze Situation nicht wirklich geklärt hat oder erklärt hat und er wirklich nicht so wusste, was ist jetzt, was ist jetzt nun genau passiert? Also, so, das mit dem ganzen Drumherum, das hat sie gar nicht gesagt. Und, ähm, sie hat überhaupt nicht geweint. Sicherlich, einige Leute sind so, die weinen dann nicht, ja. Kann man auch nachvollziehen. Alles gut. Ähm, kann man drüber hinwegsehen und, ähm, aber sie hat überhaupt nicht bei der Suche nach ihrer Tochter geholfen. Und das ist für mich schon so, ähm, ja gut, viele würden sagen, okay, es war halt, ähm, zu viel für sie und, äh, ja, sie konnte dann einfach so emotional vielleicht gar nicht damit umgehen und, äh, nach ihrer Tochter dann mitsuchen. Ähm, ja, das könnte man vielleicht auch noch so. So oft diese Art sehen, aber ich finde es schon wirklich sehr, sehr, sehr seltsam. Und, ja, und dass sie natürlich auch dreimal den Lügendetektor nicht bestanden hat, äh, den Lügendetektortest nicht bestanden hat, ist wirklich, ähm, genauso seltsam, ja. Und, äh, ja, das einmal, dass es, ähm, Vicky irgendwas damit zu tun haben könnte. Und, äh, auch Barney. Also, Barney, der Stiefvater, ja. Ähm, ähm, ja. Ja, also es kam dann wohl heraus, dass, äh, Barney, äh, Lee gerne mal, ähm, öfter mal, ähm, ja, ausgesperrt hat. Er hat sie auch geschlagen und gepeitscht und schrie sie auch sehr oft an. Ja, ähm, ja, ähm, Barney hatte auch Donald, also den richtigen Vater von Lee, ähm, gestanden, Lee, ähm, missbraucht zu haben. Was ich echt krass finde, dass, ähm, ein Stiefvater, das, ähm, dem Vater erzählt und, also allgemein ist das natürlich ganz, äh, furchtbar und krass, aber dass der das dem Vater erzählt und dass der Vater auch so, ähm, also weiß ich nicht. Also, ich hab jetzt nicht weiter nachgelesen können, äh, so ins Detail, äh, was dann in dieser Situation dann passiert ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Donald da komplett ausgerastet ist, äh, verständlicherweise. Ähm, ja, also beide Männer wurden aber als Verdächtige gestrichen, da auch, ähm, Barney halt auch ein Alibi hatte. Und, ähm, ja, ja, Vicky hat sich ja dann von, äh, Barney scheiden lassen, ne, das, ähm, war ja auch klar und, ähm, auch Barney ist sogar schon mittlerweile verstorben und zwar im Dezember 1996, also vier Jahre nach, ähm, dieser, äh, vermeintlichen Tat. Äh, äh, Vicky zog dann wieder zu ihren Eltern nach Michigan und, ähm, Donald, also Lees Vater, der hat dann eine neue Familie gefunden, ähm, war dann wieder frisch verheiratet und, genau. Ja, also hat sein Leben dann, ähm, leider, sag ich jetzt mal, weiterleben, also leider, also eigentlich ja auch gut, dass er sein Leben weiterleben konnte. Ähm, ich finde es ja auch furchtbar, wenn man dann, ähm, aufgrund von so einer schlimmen Tragödie und so einem schlimmen Erlebnis und, ja, dass man dann nicht mehr weiterleben kann und, ähm, niemanden so an sich ranlässt und, ähm, Donald konnte das zum Glück und hat halt, ähm, ja, wieder eine Familie, ähm, gegründet und, äh, was ich ja auch ganz gut finde, ähm, ja. Dann gab es ein Alterungsbild von der Polizei, das veröffentlicht wurde, ja, kennt ihr ja, ähm, wie in anderen Fällen auch. Ist auch immer sehr interessant, wie diese Person dann, ähm, ja, in späteren Jahren aussieht, beziehungsweise aussehen könnte. Ja, Leute, jetzt habe ich nochmal die Beschreibung von Lee. Ganz wichtig, äh, sie verschwand mit 13 Jahren am 27. August 1992. Sie trug zuletzt ein Nachthemd und, ähm, grün-gelbe Seidenboxer-Shorts. Sie war 1,70 m groß und wog 95 Pfund. Sie hatte blonde Haare und haselnussbraune Augen. Ein Muttermal an der Basis ihres Schädels. Und sie hatte, ähm, kleine Kratznarben an ihren Beinen und beide Knie hatten, ähm, Beulen auf der Haut. Ihre Ohren waren durchbohrt und sie trug auch eine Brille und hatte unter anderem Probleme mit ihrem linken Auge. Ja, das einmal zu, äh, Lies Beschreibung. Heute wäre Lee 41 Jahre alt. Also wirklich krass, finde ich es jedes Mal, wenn so Teenager in dem Alter 13, 14 oder so, ähm, ja, als vermisst gelten. Und heutzutage dann schon wirklich, ähm, natürlich schon im fortgeschrittenen Alter, sage ich mal, sind. Finde ich immer sehr, sehr krass. Ähm, und wenn sie wirklich zu der Familie zum Beispiel mal zurückkommt, ja, man hat so viele Jahre verpasst, ne. Also, nur mal so, ähm, aber die ganze Auffindesituation im Haus, ja, ist sehr bedenklich, auf jeden Fall. Und, ja, ist, ähm, sehr schwierig zu sagen, aber ich glaube da auch eher, dass, ähm, sie wirklich Opfer eines Verbrechens wurde und, ähm, nicht irgendwo festgehalten wird, wie es manchmal auch gedacht wird, in anderen Fällen auch. Ähm, ja, also, ich glaube, dass es nicht gut ausgegangen ist. Also, wie gesagt, auch nur aufgrund, ähm, der Tatsache, was im Haus vorgefunden wurde. Ja, Leute, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende. Das war der zweite Fall für heute. Und, äh, dann würde ich sagen, ich hoffe, dass die beiden Fälle für euch heute mal wieder interessant waren. Und, äh, dann wünsche ich euch noch eine sehr, sehr angenehme und stressfreie Woche, auf jeden Fall. Wir hören uns dann am Freitag wieder. Meine Güte, Leute, es ist dann schon Februar. Unglaublich. Ja, also, morgen ist ja schon der erste Februar. Also, Leute, die Zeit rennt ja schon wieder. Und bald haben wir wieder Sommer. Ja, nicht mehr lange. Also, dann können wir wieder kurzärmlich rumlaufen. Ha, nein, ähm, ein bisschen müssen wir noch warten. Ja, also, wie gesagt, äh, bis Freitag. Eine schöne Woche wünsche ich euch. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020